einen wunderschönen ihr lieben und ein recht herzliches willkommen zum siebten rennen zum final rennen der sprintsaison der gt lab sommer meisterschaft beziehungsweise eher gesagt sommer programm man könnte aber auch bonacera sagen ich hoffe ich habe das jetzt so richtig ausgesprochen und keinen beleidigt auf italienisch muss man ja aufpassen immer mit fremdsprachen dass man keinen beleidigt ja wir fahren heute sardinia strecke b 25 minuten in die eine richtung und natürlich 25 minuten auch in die andere richtung es ist eine originalstrecke aus gran turismo streckenlänge beträgt ca 3,893 kilometer pro runde längste gerade bei 915 metern und höhenunterschied bei ca 56 metern so schauen wir mal was ist so auf der strecke los ist wir haben aber wieder volles programm wir haben beide dings zusammengeschmissen ja wir haben wie gesagt beide zusammengeschmissen beide liegen da wir ansonsten zu wenig anmeldungen für beide hätten aber das wird schon ja gucken wir mal am snoozu ich hoffe der fährt noch ein bisschen und zwar geht es los mit einer schnellen langen gerade wo es viel viel überhol möglichkeit gibt dann hier oben schön abbremsen jetzt geht sie die erste kurve enge enge links kurve dann muss man hier versuchen raus zu beschleunigen hier noch mal schneller dann ja auf einer links kurve war das gerade jetzt noch mal auf einer links kurve achtung jetzt hier eine geschlossene rechts kurve wo man natürlich aufpassen muss dass man nicht links da raus fliegt hier schön den berg runter donnern kleiner links knick und jetzt muss man hier aufpassen da hat man hier auch wer genau davon hier genug schwung mit hoch nimmt aber auch nicht zu viel damit man nicht raus fliegt jetzt ein bisschen kämpfen genau rum mit der bude auf einer links kurve war das gerade wieder so jetzt noch mal ein schwenker nach links und dann sind wir auch schon wieder auf der geraden von sardinia oh süßauer stark am driften und dann und Hubi noch draußen. Oh, Hubi! Hubi! Scheer! Das ist jetzt ein Moment! Jetzt hab ich mich grad verdrückt! So! Scheer! Ich wusste gar nicht, dass du sowas hörst! Hubi! Iron Maiden! Geil! Sieht ja mal richtig Scheer aus! Doch, das sieht richtig Scheer aus! Geil! Geiles Design! Wirklich, freut mich! Gefällt mir! Ansonsten, alle anderen, ja, wie gesagt, an der Box! Geil! Ja, ja! Geil! 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 Ich habe gerade noch schnell meinen Joghurt gegessen, was ich noch mitgenommen habe in die Kommentatorenkabine. So, ich bin jetzt noch mal ganz kurz auf Toilette und dann geht es auch schon gleich los ins Qualifying. Bis gleich. So, ich bin jetzt noch mal. So, ich bin jetzt noch mal. So, ich bin jetzt noch mal. So, da bin ich wieder. So, ich bin jetzt noch mal. So, ich bin jetzt noch mal. So, Qualifying geht los. So, ich bin jetzt noch mal. 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 Ich bin jetzt noch mal. Ich bin jetzt noch mal. So, 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 ich bin jetzt noch mal. Aktuell schnellste Runde gefahren von Hans Wolf, Ring Money nachgelegt, 1,20, 1,41, Hans Wolf, 1,20, 2,91, Freddy Pony 1,22, 3,3,7 ist damit auf Startplatz Nr. 3, SNU 1,22, 7,4,4, Startplatz 4 aktuell, Süßorwort muss rein, Snowman muss rein, der Front- und Heckschaden, Plattling hat noch einen Heckschaden, Fritz, aktuell auf der 6, Tops muss jetzt nochmal nachlegen, Snowman aktuell auf der Startposition 8, Plattlinger Startposition 9, 1,49, 5,17, Fritz auf 10 zurückgefallen, 1,32, 3,37, ja wie gesagt, Das skaliert jetzt noch, Ring Money, auf 2 nochmal zurückgefallen, Snowman aktuell, 1,19, 7, 2, 4, und holt sich damit die Pole, Okay,ring Money nachgelegt, 1,19, 6, 6, 4, 1 Ist nur aber auch nochmal anscheinend nachgelegt 1, 19, 6, 3, 4 Also die schenken sich ja nicht wirklich viel Friday Pony an der Box Hans Wolf auf 4 zurückgefallen 1, 20, 2, 9, 1 Hobi Aktuell auf Startposition 5 1, 20, 8, 7, 3 Ist da die schnellste persönliche Bestzeit Süßsauer Da ist Ready Pony Hinten dran Aber eine Startposition Vorne dran Der wird versuchen Den Windschatten mitzunehmen Vom Süßsauer Süßsauer Das ist ein bisschen Flattlinger kommt rein, hat aber auch einen Heckschaden, der gute Fritz. Aufstand Posi 10, setzt jetzt nochmal nach. Na, was fährt da? 1,32,3,3,7. Aktuell ist nun immer noch mit der Pole Position 1,19,6,3,4. Danach Ring Money auf Start Posi 2, Tops auf Start Position 3. Hans Wolf auf der 4 mit einer 1,20,2,1. Der hat sich leider nicht mehr verbessert. Nein, auch jetzt nicht. Hubi, Start Position 5 noch. Hält sich noch gut mit der 1,20,8,7,3. Fährt auf einen Lamborghini. Ja, wie gesagt, im Iron Maiden Design. Schönes Ding. Gefällt mir sehr gut. Sieht sehr gut aus. Ich höre selber sowas. Mega geil. Süßauer auf Start Position 6. 1,20,9,04 hat er nachgelegt. Snowman Start Position 7,1,21,1,93 ist da die persönliche Bestzeit. Freddy Pony Start Position 8, so wie das aussieht. 1,22,3,3,7 ist da die persönliche Bestzeit. Aber, ja, wie gesagt, jetzt wird noch, jetzt wird noch mal kurz die Runde noch zu Ende gefahren. Und dann lese ich gleich sowieso die Startaufstellung vor. Und dann lese ich aufgeallen. ja soweit sind anscheinend alle durch nee, Plottinger fährt noch so, wir kommen zur Startaufstellung nach einem spannenden Qualifying hat es Ringmanni dann doch nochmal geschafft 1.19.058 und somit auf der 1 danach, Platz 2, Snu auf, äh, ja danach, Platz 2, Snu 1.19, 3.01 Torps, Platz 3, 1.19, 6.57, Hans Wolf, Platz 4 1.20, 2.91, Süßauer, Platz 5 1.20, 5.19, Hubi, auf Platz 6 zurückgefallen 1.20, 8.73 Snowman, Platz 7, 1.21, 1.93 Freddy Pony, Platz 8, 1.21, 4.24 Plottinger auf der 9, 1.23, 1.37 und Fritz auf der 10, 1.24, 3.17 So, gleich geht's weiter In 45 geht's los, alles klärchen 2 Minuten 1.20, 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 1 Vielen Dank. 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 Snowman auf der 6. Ja, der kommt, der verliert langsam so ein bisschen den Anschluss. Freddy Pony 7. Ja, der wird jetzt mal ganz kurz weg sein. Ja, der wird... 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 so entschuldigt bitte viermal ich hoffe es nicht so eintönig geworden jetzt die paar minuten es nur noch dicht hinten dran hans wolf ja der kapselt sich auch vom rest ab sie ist aber aktuell auf vier ganz nur auf der fünf freddie pony kommt rein hatten frontschaden glattlinger auf der sieben mittleren reifen fährt er tops auf der acht auch mit mittel unterwegs hubi mit weich unterwegs fritz auf der zehn mit mittleren reifen unterwegs doch noch gut unterwegs nur dicht hinten dran panns wolf auf der drei russ 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 Sie ist aber aktuell noch auf der 4 unterwegs. Snowman 5. Plattlinger auf der 6. Unterwegs. Dann Freddy Pony 7. Tops noch auf 8. Hubi 9. Fritz auf der 10. Ja, Snoot, der versucht es immer mal wieder. Beim Ring Money. Aber, ja. Nicht so einfach. Na, schafft er es jetzt vielleicht? Jetzt sind sie beide nebeneinander. Snowman, äh Quatsch, Snoot. Ja, nee. Ring Money ist wieder vorne dran. Und Snoot probiert es weiter. Die sind beide noch nebeneinander. Dann bleibe ich jetzt weiterhin drauf. Snoot jetzt. Vor Ring Money. Er hat es tatsächlich geschafft. Und da ist es wieder- Hans-Wolf auf der 3 unterwegs. Süßauer auf der 4 unterwegs. Snowman 5, Plattlinger auf der 6, Freddy Pony 1,6 Sekunden, 1,8 Sekunden, Runterschied zwischen den beiden, Tops auf der 8, dann Hubi 9, Fritz auf der 10. Untertitelung des ZDF, 2020 Bring money. Oh gut, der ist auf dem Mittel unterwegs und ist nur auf weich. Also, das muss man natürlich auch lassen, gelbe Flagge, was ist da los? Da hat sich Fritz verbremst. Hat sich Fritz verbremst. Hat einen Frontschaden wieder. Heute ist auch wirklich nicht sein Rennen, habe ich das Gefühl. Gut. Zur Verteidigung, Sardinia ist ja sowieso eine doch recht kriminelle Strecke, muss man sagen. Hans-Wolf. Oh, 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 oh. So, da sind schon einige rausgekommen. Da fliegen dann aber auch noch mal Dings runter. Süß-Sauer auf der 4. Tops auf der 5. Plattlinger 7 aktuell. Ubi auf der 9. Und Fritz wird jetzt überrundet vom Snowman. Da bleibe ich jetzt mal gerade drauf. Auldnerschrehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, aber Ringmann hier hat sich wacker und lange genug gehalten Hans Wolf währenddessen auf der 3 Süßauer 4 Snowman auf 5 unterwegs Tops auf der 6 Glattlinger 7 Freddy Pony 8 Hubi 9 Und Fritz auf der 10 bleibt aber noch draußen mit dem Frontschaden Mein PS, bevor ich jetzt los der 2 Svon »Hack« »Wart« 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 »M Holz« »Wart« »Wart« So jetzt kommt nun rein... Snoo... Snoo überrundet gleich den... Das ist ein Lamborghini da vorne, das ist da Hubi. Gut, aktuell muss er noch nicht vorbeilassen, erst wenn er nah genug dran ist. Aber das sieht jetzt gleich ganz gut aus. Da ist er ohne Probleme dran vorbeigekommen. Natürlich... Ja, noch circa acht Minuten zu fahren, hier im ersten Rennen. Süß-sauer... Auf... Süß-sauer aktuell auf der 4 unterwegs. Dann Snowman auf der 5. Süß-sauer. Süß-sauer. Tops... Während das... Auf der 6. Plattlinger 7 Freddy Pony kommt noch mal langsam näher Da kommt langsam näher, da bleib ich aber noch drauf, weil der hat weiche Reifen und Plattlinger fährt auf den Mitscherren Oh 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 Nicht zu viel riskieren, Jungs Töne Töne Ja, da kommt er nochmal dran vorbei. Ah, da dreht sich ein Fritz wieder, wieder an derselben Stelle, sehr sehr böse heute. Da ist Snoo hinter den beiden. Dann bleibe ich jetzt mal hier drauf. Mal gucken, wie das sich noch entwickelt. Aktuell ist aber auch sonst nichts auf der Strecke los. Das war's für heute. Aktuell kommt er noch nicht vorbei, Freddy Pony auch am Kämpfen noch, aber Plattlinger versucht weiterhin vorne dran zu bleiben. Gut, nur den müssen sie langsam aber sicher bald einmal vorbeilassen, denn der ist dicht hinten dran, aber ja, jetzt sind sie wieder auf der Karten, ist das die Möglichkeit, kommt jetzt an Freddy Pony vorbei, Plattlinger, naja, versucht außen zu bleiben, ist nur jetzt an den beiden vorbei, Plattlinger, oh, was ist mit Plattlinger, ja, da kam jetzt natürlich Freddy Pony dran vorbei, jetzt, Fritz, das ist überrundet worden, das war der Süßauer, und jawohl, das war der Süßauer, bring money, überrundet, gleich ein Hubi, das war der Süßauer. Das war der Süßauer. Da kam am Hubi vorbei, natürlich, Hans Wolf, aktuell auf der 3 unterwegs, Süßauer 4. Ja. 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 auf der 6. Freddy Pony 7. Bloodlinger 8. Dann Hubi. Da vorne ist noch Ringmoney. Der überholt die jetzt gleich auf. Fritz auf der 10. Hubi mit einem Heckschaden. Ja und damit dann herzlichen Glückwunsch. Nur auf der 1. Ringmoney 2. Anzug 3. Herzlichen Glückwunsch. Leute. Süßauer. Glückwunsch Platz 4. Fritz Platz 10. Glückwunsch. Freddy Pony Platz 7. Glückwunsch. Platz Linger Platz 8. Glückwunsch. Und Hubi Platz 9. Glückwunsch. Snowman Platz 5. Glückwunsch. Und Tops Platz 6. Glückwunsch. So das war die Hinrunde. Geht dann gleich mit der Rückrunde weiter. Ja wie gesagt herzlichen Glückwunsch an das Podium. auch an die restlichen. Ja dann wird jetzt gleich die Lobby umgestellt und dann geht es auch schon wieder los mit dem nächsten Rennen. 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 Ja, ein Ringmoney ist mit mittleren Gefahren Das ist sehr schnell, lieber Snow Schön, dass du da bist Hier eben auch im Chat 17 Geht's weiter Gibt euch mal Gönnt euch mal nochmal eine kurze Pause Und holt euch nochmal was zu trinken Geht nochmal auf Toilette Und dann geht's auch Wunder weiter Mit dem nächsten Rennen Und dann geht's auch mal Und dann geht's auch mal Ja, die ersten zwei wieder draußen Probieren jetzt in die andere Richtung zu fahren Das wird aber auch eine Tortur, ehrlich gesagt Oh Hubi, gerade rausgedreht Fritz auch draußen Vielleicht in diese Richtung geht's besser Aber er ist dann schon Doch gut am Rutschen mit seinem Ferrari Ja, ich kann's auch mal sehen, wie er sich so macht Und wie gesagt, in die eine Richtung ist einerlei, in diese Richtung ist dann nochmal ein bisschen schwieriger. Tops. Wow. So, da ist gerade ein Dings gerollt, beziehungsweise gerutscht, ein Snu. Das war ein SRT Porsche. Mal gucken, wie sich Plattlinger macht. So, Rennen 2 mit Revers Grid. Schönes Ding. Und feuerfrei in die andere Richtung von Sardinia. Fritz, ja, der zieht hier ganz gut aktuell. Aber da ist Plattlinger noch hinten dran. Und auch Hubi. Dann Snowman noch mit hinten dran. Ay Karamba, da drehen sich die ersten Hubi. Und Süßsauer. Süßsauer hat sich gedreht, hat einen Frontschaden. Snu kämpft jetzt. Der räumt jetzt von hinten das Feld auf. Das wird mega gut mit anzusehen. Hubi auf der Siebern. Voll ein bisschen rausgerutscht. Snu, wie gesagt, der kämpft. Freddy Pony auf der Neuen hinten dran. Hans Wolf 8. Snu jetzt vorbei. Da dreht sich Fritz. Ay Karamba. Heute ist wirklich böse. Hubi 5. Plattlinger aktuell noch auf der 4. Dann Snowman, Ringmani und Topps. Jetzt kommen die beiden den Berg runter das erste Mal. Und mal sehen, wie es wird. Topps. Wahnsinns-Pace. 1,31, 7,26 wird das erste Mal hingelegt. Plattlinger ankommt an die Box. Freddy Pony auch an die Box. Oh, Plattlinger, was hat der da gemacht? Der hat ein Weihnachtsbäumchen. Freddy Pony hat auch einen Frontschaden. Fritz kommt auch rein, dann hat er einen Frontschaden. Ringmani auf der 2. So, ganz stark unterwegs, dann Snowman. Snoo auf der 4. Hubi 5. Hans Wolf auf der 6. Ja, der muss jetzt mal ganz gut gegen Hubi kämpfen. Ja, dann muss er noch kämpfen. Der kommt aber auch aktuell nicht so gut an Hubi ran. Vielleicht konnte er endlich mal das Biest vom Lamborghini, das italienische Biest zünden. Snoo auf der 3. Aktuell kämpft sich immer noch gut nach vorne. Fährt aktuell auf dem Mittel. Gut, Topps. Aber jetzt auf weich. Genau wie ein Ringmani. Vai. Willi. Musik. Hobi ganz stark unterwegs, Hans Wolf auf der 6. Es ist immer noch stark auf der 4. Snowman auf der 3. Ringmoney 2 und Topps da vorne noch im Anmarsch. Oh, Ringmoney ein bisschen zu weit raus. Ringmoney 2 und Topps. Da versucht jetzt ein Hans Wolf nach vorne zu kommen. Fritz an der Box. Der hat sich dann noch ein bisschen verbremst. Hobi auf dem 6. Zurückgefallen. Süßauer 7. Freddy Pony kommt auch rein. Fritz wieder draußen. Freddy Pony kommt auch noch mal raus. Mit den mittleren. Da ist Topps hinten dran. Ich bin Manni auch dran. Ich bin Manni auch dran. Gelbe Flagge. Was ist da passiert? Oh, da hat sich der Plattlinger gedreht. Mit Frontschaden unterwegs. Fritz kommt noch mal näher. Vielleicht kommt er auch noch mal an den Plattlinger ranzukommen. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Ja, der ist gut am Kämpfen. Dann Plattlinger noch mit Frontschaden. Freddy Pony auf der 8. Dann Süßauer 7. Gobi auf der 6. Trotz Frontschaden stark unterwegs. Hans Wolf auf der 5. Snu auf der 4. Snowman dreht sich. Ich kriege einen Frontschaden. Wow. Böse. Ja, da kommt der Wolf natürlich. vorne dran ja der ist ein Snoo gegen Plattlinger, gut der Plattlinger musste ihn vorbeilassen, das ist klipp und klar. Ah, Icaramba, da steht wieder Fritz, hat sich wieder gedreht. Ja, das ist einfach nicht seine Strecke heute, habe ich das Gefühl. Snowman 5, Ubi auf der 6, Süssauer 7, Freddy Pony auf der 8, Plattlinger auf der 9 aktuell und Fritz, ah ja ja, er hat wieder ein Weihnachtsbäumchen. Das ist unser Wiener, Herrärtig. Und dann klipp auf der 9, Süssauer 6, Süssauer 8, Plattlinger auf der 9, vor der 8, Plattlinger auf der 9, Süssauer 7, und Heine. Und dann ist es auch ein Fisch, die Schöne und die Schöne und die Schöne und die Schöne. Ring Money auf die Zuru Snur auf 3 Hans Wolf, da ist No Man hinten dran! Ich bin nicht aber gerade vor Hubi gekommen, so wie ich das gesehen habe. Links in der Tabelle. Snowman jagt den Wolf! Nicht dass der Jäger zum Gejagten wird. Aber da ist noch Plattlinger hinten dran. Und Freddy Pony! Snowman! Oh, da war gerade wieder gelbe Flagge! Ich bin nicht sicher! Snowman ist vor Hans Wolf gekommen, da verbremst er sich jetzt, da kommt noch mal ein Plattlinger ran, dass der Plattlinger sich zurückrunden darf, das ist klar. Süßhauer auf der 6, Hubi, rausgeflogen, da kommt Fritz wieder vorne dran, Hubi mit Frontschaden jetzt auf der 7, Freddy Pony, der fährt noch glücklich auf der 8, Plattlinger, an der Box gewesen, jetzt auf den neuen zurückgefallen, Fritz. Fritz kommt rein. Fritzсонus Ring Money auf 2 aktuell, ist nur auf 3, da ist Snowman hinten dran, ja, also der Snowman macht langsam sein Ding, ja, das sieht gut aus, sieht sehr stark aus, mit Frontschaden versucht er jetzt am Snookern zu kommen. Oh, nicht so weit rauskommen, aber das sieht gut aus, dass er noch näher rankommt, da hinten dran Hans Wolf, da ist Freddy Pony hinten dran, natürlich da dürfte er sich zurückrunden, da bleibe ich jetzt mal gerade drauf. Das Snowman hat Front- und Heckschaden. Da kommt natürlich jetzt nochmal Hans Wolf dran vorbei. Süßauer auf der 6, Hubi 7, Frey Pony 8, ist dahinter. Bis dahinter das Snowman. Und Plattlänger hinter Topps. Plattlänger an der Box. Oh, ein bisschen zu weit raus, aber alles easy. Oh, ein bisschen zu weit raus. Oh, ein bisschen zu weit raus. Oh, ein bisschen zu weit raus. Plattlänger auf der 9, da unten unterwegs. Fritz auf 10. Oh, da ist Nu vorne dran. Die letzten 5 Minuten des Rennens. Reng Money auf 2. Snu auf der 3 Hans Wolf 4 Snowman 5 Süßauer 6 Ubi 7 Freddy Pony 8 Lacklinger auf der 9 und Fritz auf 10 Ringmani auf 2 Ratsch das ist nur auf der 3 hans wolf auf der 4 dann snowman trotz front und heckschaden bleibt da draußen noch drei minuten in diesem rennen süß-sauer 6 ruby da ist plattlinger hinten dran freddy pony aktuell davon auf der 8 tops kommt jetzt natürlich am süß-sauer vorbei SNOO auf 3 SNOO auf 3 Snowman! Auf der 5! Süßauer auf der 6 Die letzte Minute Hobi mit Frontschaden Fritz nochmal raus geflogen Oh, Hobi auch Kurz raus gewesen Die letzten Sekunden Da bleibe ich jetzt drauf Weil, ja, wie gesagt Der wird der Erste sein, der jetzt durchs Ziel tuckert Hobi Platz 7 Glückwunsch Dann Plattlinger Platz 9 Glückwunsch Und Snu, herzlichen Glückwunsch Platz 3 Hans Wolf Platz 4 Glückwunsch Snoman Platz 5 Glückwunsch Tops Herzlichen Glückwunsch Platz 1 Ringmanie Platz Zwei herzlichen Glückwunsch Und Fritz noch mein guter Der hat sich Ich habe auch heute echt böse gedreht Das war Ich vom feinsten Platz Same Glückwunsch So Tolle Veranstaltungen Tolles Finale Ich hoffe Es hat euch soweit Spaß gemacht Natürlich Wie immer Speichere ich die Wiederholung Und ich Oh, Ringmanie sogar noch mit der schnellsten Rundenzeit Ja Wie gesagt Ich hoffe es hat euch soweit Spaß gemacht Und wir hören und sehen uns spätestens morgen Abend Wenn der MDC wieder rollt Bis dahin Erstmal Und Tschüss 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 Tschüss